Und damit willkommen zu einem neuen Wochenendblick. Es ist Sonntag, los geht's. Ja, die Woche war sowieso im Pokémon-Hype. Pokémon-Hype, Pokémon-Hype, Pokémon-Hype. Denn Freitag ist Pokémon rausgekommen. Die Remakes der vierten Generation und ich bin da aktuell wirklich im Pokémon-Hype. Aber ich versuche trotzdem nicht so viel aufzunehmen. Ich habe jetzt erstmal die letzten zwei Tage einiges aufgenommen, vorproduziert. Also Freitag und Samstag habe ich vorproduziert. Und jetzt will ich erstmal kurz ruhen lassen, dass die Parts trotzdem noch relativ aktuell bleiben. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt Freitag. Ich war Freitag zu Hause tatsächlich. Und ja, ich habe Freitag auf dem Postboten gewartet. Ich habe gewartet. Ich habe andauernd in meinem E-Mail-Postfach geschaut, ob da irgendwie steht, ja, Artikel wurde versandt, stand noch nicht. Und dann habe ich schon so gedacht, oh nee, bitte nicht, dass es abends kommt, dieses Spiel. Und ja, dann irgendwann 10 Uhr noch was, stand dann da, Artikel wurde versandt. Da habe ich mir so gedacht, yes! Aber selbst dann musste ich noch ein bisschen warten. Ich glaube, zwei Stunden später, so gegen 12.30 Uhr war das Spiel dann letztendlich da. Und ich konnte dann aufnehmen und dann direkt schon Freitag, 14 Uhr, den ersten Part raushauen. Also, das war... Ich habe selten auf ein Spiel so heftig gewartet. Vielleicht sogar noch nie auf ein Spiel so heftig gewartet. Ja, ich glaube, also ein bisschen rankommen würde noch Luigi's Mansion 3. Da war ich ja auch sehr dolle gehypt. Aber sonst gibt es kein Spiel, wo ich auch so ansatzweise gehypt war, wie jetzt hier bei Pokémon. Ich warte ja schon seit, man kann schon sagen, seit Jahren auf die Remakes. Seitdem ich so gemerkt habe, Moment mal, die letzten Remakes waren die der dritten Generation. Das heißt, wenn jetzt noch eine neue Hauptspielreihe rauskommt, was dann Schmerz und Schild war, danach müssten ja die Remakes kommen. Und darum, ich warte da schon seit Jahren und jetzt ist es endlich soweit. Oh, und das Spiel ist mega. Also, ja, ich kann mein Let's Play nur empfehlen. Kommt, ja, fünfmal die Woche raus. Heute kam noch ein Part, morgen kommt wieder ein Part. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. So ist der Plan und es macht richtig tolle Spaß. Ja, sonst habe ich jetzt auch noch neue Thumbnails. Oder zumindest die Thumbnails ein bisschen überarbeitet, sage ich mal. Also, ich kann ja hier mal kurz das Mario Kart 8 Deluxe Livestreams einblenden. Das alte über mir oder hier irgendwie. Und daneben das neue, links das alte, rechts das neue. Ja, da seht ihr, so ein bisschen der Rahmen hat sich geändert. Ich habe versucht, da ein bisschen, ja, ein bisschen bunter zu machen. Dass ich trotzdem, dass es einerseits einen roten Rahmen gibt, zumindest mal bei den Livestreams. Aber trotzdem noch ein bisschen, ja, äh, ja, spielspezifische Farben hier jetzt. Zum Beispiel bei Mario Kart sind es ja diese Regenbogenfarben, sage ich mal. Das weiter, mein Logo ist jetzt so ein bisschen mehr in der Ecke. Das Logo ist trotzdem drin, aber es war, sag mal es mal so, der Rahmen war sonst immer mir ein bisschen, immer zu breit, zu klobisch. Denn das Logo hat da oben, links, immer so viel Platz weggenommen. Also, ich war nie zufrieden mit den Thumbnails. Nie, 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 nie. Und das ändert sich jetzt so. Pokémon Thumbnail kann ich ja hier auch mal einblenden. Warte, so, da, 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 da. Das ist das Pokémon Thumbnail von Part 1. Und, ja, äh, ist halt deutlich, deutlich besser. Mario Kart 8 Deluxe, also das, äh, Let's Play, das Online Let's Play, kriegt auch ab diese Woche neue Thumbnails. Das Thumbnail ist schon, ja, fast fertig. Ich muss da noch ein paar kleine Anpassungen machen. Das, ja, wenn ich dran denke, blende ich mal die alte und die neue Version im nächsten Wochenrückblick mal ein. Splatoon 2 Online kriegt neue Thumbnail. Das Einzige, was kein neues Thumbnail bekommt, ist jetzt ein Mario & Luigi Doom Team Boss. Das wird bis zum Ende des Let's Plays noch mit dem alten Thumbnail-Design durchlaufen. Und mit einem neuen Let's Play wird dann alles mit dem neuen Thumbnail sein. Auch Minecraft, äh, das Live-Let's Play wird auch das neue Thumbnail ab Montag gehalten. Und, ja, das ist aktuell so. Auch der Wochenrückblick heute sollte eigentlich auch schon einen neuen Thumbnail haben, ich hoffe. Doch, auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall. Und, ja, das ist so der aktuelle Stand. Des Weiteren wird es bald auch ein Vlog geben. Ähm, ich glaube, ich hab's letzte Woche schon, äh, gesagt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hab letzte Woche Samstag, äh, einen Vlog, 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 Vlog. Auf jeden Fall im Vlog aufgenommen. Mit Nala auf den Spaziergang. Der, äh, dass die Videodateien sind auf der SD-Card. Ne, auf dem Handy tatsächlich, auf dem Handy. Ähm, ja, muss ich jetzt noch Zeit finden, um das zu schneien. Vielleicht kommt das jetzt in die Woche. Vielleicht so Donnerstag, Freitag, ich hoffe. Und, freut euch auf jeden Fall auch darauf. Gut, das war's jetzt zu meiner Woche. Und, jetzt geht's weiter mit YouTube. Ja, ich fange an mit Pokémon Strahlender Diamant. Wer keinen Spoiler möchte, oder wie auch immer, also wer keinen Spoiler haben möchte, der kann in die Timeline gucken und den jeweiligen Bereich überspringen. Gut, fangen wir an mit Part 1. Und, der Start, der, des Remakes meiner Lieblings-Generation. Warum habe ich Strahlender Diamant genommen als Spiel? Es gibt ja noch leuchtende Perle. Äh, aus dem folgenden Grund, wir haben schon ein Perle-Let's Play gemacht letztes Jahr. Und 2016 Platin-Let's Play. Bedeutet, es fehlt nur noch Diamant. Darum habe ich mich für Strahlender Diamant entschieden. Ich bin mega doll gehypt. Das merkt man, glaube ich, auch in den Parts, wie gehypt ich bin. Und, ja, wir kriegen unser erstes Pokémon, treffen unseren Rivalen und den Professor. Und ich liebe dieses Spiel. In Part 2 sind wir dann in Sandgämme. Das ist die Stadt nach unserer Heimat, nach unserem Heimatdorf, Heimatstadt, wie auch immer. Äh, da ist das Labor des Professors. Wir sprechen mit dem Professor und er gibt uns den Pokédex und wir gehen auf die nächste Route Richtung Jubelstadt und machen dann unseren ersten Trainerkampf. Dann in Part 3 fangen wir unser erstes Pokémon, beziehungsweise dann insgesamt unser zweites Teammitglied. Sechs Teammitglieder werden wir irgendwann haben. Kommt nach und nach und da ist dann unser zweites Teammitglied. Ja, und wir sind weiterhin auf dem Weg nach Jubelstadt. Erreichen dann letztendlich Jubelstadt und erkunden diese Stadt. Ja, das war's mit Pokémon Steiner Diamant. Nächste Woche geht's da weiter einschalten. So, gut. Mario & Luigi Dream Team Brothers. Da kamen diese Woche ganze sechs Parts. Das war sehr, 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 sehr viel. Ab nächster Woche kommen nur noch vier Parts die Woche. Aber das war halt, weil ich kein anderes Projekt jetzt die Woche hatte. Daher kamen von Mario & Luigi Dream Team Brothers diese Woche ganz viele Parts. Aber ich hoffe, es hat euch wenigstens gefreut. Gucken wir mal. Gut, fangen wir an mit Part 33. Wir suchen in der Traumwelt die Muskeleven, denn wir wollen ihr Muskulone aufwecken. Und ja, die Muskeleven sind vier solche, ich sag mal, Diener, die wir alle besiegen sollen. Ja, und wir erhalten eine neue Lütision, mit der wir die Zeit manipulieren können. Dann in Part 34 machen wir zwei Kämpfe gegen zwei Muskeleven. Und das sind Kämpfe mit besonderen Regeln, was doch sehr cool ist. In Part 35 kommen die letzten zwei Kämpfe gegen die Muskeleven, also die letzten Beine besiegen wir. So, dass wir dann in Part 36 den Kampf gegen Muskulone machen können. Es ist ein extremer Kampf, extrem schwierig. Fails gibt es auch. Also, das war, das war nicht einfach. Dann in Part 37 ist dann Muskulone endlich aufgewacht. Und wir können nun zum Pyjama-Gipfel. Der Retro ist auch mit am Start. Und nicht nur Retro ist am Start, sondern auch Legs. Legs deshalb, weil im Hintergrund Updates in dem Part liefen. Aber ich musste da unbedingt aufnehmen, weil das für mich... Ah, wegen der mangelnden Zeit hatte ich da so gut wie keine andere Wahl. Egal, war ja nur der eine Part. Denn in Part 38 sind dann schon die Legs wieder vorbei. Und wir sind auf dem Pyjama-Gipfel und versuchen den zu erklimmen. Jo, wir hatten die Woche noch Splatoon 2 online mit Part 59. Wir probieren wieder drei Waffen aus. Den Klotzer, den Hydrant und den Fokus-Profi-Klexa. Also den Klotzer 14a war das, glaube ich. Und der normale Hydrant oder Hydrant SE? Ich glaube, der normale Hydrant war das. Und wie gesagt, Fokus-Profi-Klexa. Alles im Revierkampf. War mega nice. War mega spaßig. Gut, dann hatten wir noch die Woche zwei Streams. Einerseits Montag. Minecraft Live Part 19. 19 Part. Schon 19 Wochen machen wir das schon. Cool. Ja, Retro war mit am Start. Sonst war Tote Hose tatsächlich die Woche. Aber mal gucken, wie es Montag ist. Vielleicht ist es Montag schon wieder voller. Ist ja mal so, mal so. Auf jeden Fall hat es dort Spaß gemacht. Wir machen so eine Art Podest in meiner Kebab-Kathedrale. Wo ich das so gebaut habe, wieder abgebaut habe, wieder aufgebaut habe. Und ja, ich war dann so ein bisschen unschlüssig mit dem Design. Aber letztendlich bin ich jetzt zufrieden mit dem, was da passiert ist. Joa, was ist sonst noch passiert? Retro hat ja rumgetrollt. Sodass ich dann am Spawn gelandet bin, weil ich gestorben bin. Sodass ich den ganzen Weg zum Dorf laufen musste. Das war sehr schön. Aber ich habe eine Rekordzeit aufgestellt in Sachen zum Dorf laufen. Also so schnell war noch keiner. Ja, war auf jeden Fall mega schön. Und joa, dann haben wir noch Mario Kart 8 Deluxe online am Samstag gehabt. Live-Stream. Und es war, uff, es war mega heftig. Also seit, also wenn ich mir die letzten Mario Kart Streams angucke, war das mit der geilste Mario Kart Stream von den letzten Streams her. So gesehen. Heftige Runden, heftig, mega viel Spaß. Und das Coole war halt, es sind heftig viele aus der Community mitgefahren. Was lange nicht mehr so war. Also gerade, wie der letzte Mario Kart Stream davor. Da habe ich so gemerkt, ah, ist nicht mehr so der Anlauf in Mario Kart dabei. Was ja komplett in Ordnung ist. Da habe ich gar kein Problem mit. Da habe ich mir so gedacht, okay, Splatoon 2 läuft aktuell ein bisschen besser. Aber gestern, das war heftig. Wie viele da mitgefahren sind. Also so gut wie die komplette Runde war voll mit Leuten aus der Community. Und das war megamäßig nice. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ein großes Danke geht an alle raus, die da mit dabei waren, mit zugeschaut haben, mitgefahren sind. War cool. War mega cool. Gut, nächste Woche geht es weiter. Ja, neben dem natürlich strahlender Diamant-Hype, Pokémon-Strahlender Diamant-Hype, gibt es diese Woche noch zwei Streams. Einerseits am Montag mit Minecraft Live Part 20. Ab 18 Uhr mit Reto. Und mal gucken, wer noch mit dabei ist. Ich hoffe, Mike ist mal wieder dabei. Er weiß es noch nicht. Ob Maria mit dabei ist, weiß ich nicht. Tom, mal gucken. Sehen wir mal. Das ist halt alles immer spontan. Das ist alles wirklich spontan. Immer wer dabei ist, kann man nicht vorher so wirklich planen. Ja, und dann haben wir noch Samstag ab 18 Uhr Splatoon 2. Darauf freue ich mich auch schon. Ja, und ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Eine schöne Woche. Und bleibt gesund. Viel Spaß euch noch. Und tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020